Speichern Ich gehe mal in den alten Welten zurück, vielleicht kann ich ja irgendwelche neuen Sachen finden Die mir helfen später mal Weltenmini Bleiben auftrage und absolviere Welten Spüre, versteckte die Sinkern der Ebene auf und trainiere beim Kampf gegen Herzlose Okay Erlebe gespielte Kamien noch einmal, schnapp dir die Kugelblöcke, die du beim ersten Mal verpasst hast Ich kämpfe noch einmal gegen die Endgegner bereits ab und versuche eine neue Ruhe zu erreichen Was bringt mir das? Okay, erstmal da Erfüllte Aufträge, es gibt drei Aufträge Okay, ich habe bisher Stufe mindestens Stufe 3 Stufe 15 Stufe 19 Achso, die, achso, okay Freista Kunden, ja Ich nehme meine ganzen Aufträge jetzt mal an Von denen, damit ich da später dann alles machen kann Und Oh, Sora, es ist ja so furchtbar Was denn jetzt schon wieder? Die komischen Blöcke sind alle weg Ah, das wolltest du doch Ja schon, aber ich kenne den Grund nicht Und das lässt mir einfach keine Ruhe Und da kann ich dir leider auch nicht nennen Bleibt die Wahrheit denn für immer in Dunkeln? Ach, das macht mich total wahnsinnig Ich muss mir irgendwie herausfinden, warum die Blöcke weg sind Achso, ich hätte da übrigens eine Bitte an dich Ich habe so einen Schwimmring verloren Wenn du irgendwie nochmal wieder springst, gebe ich dir eine Federkelle dafür Was meinst du? Na klar Angenommen kannst du über die Aufträge... Ja, okay Es gibt also drei Menschen, die hier drei Aufträge haben Und? Was hast du für einen Auftrag für mich? Ja, Sora, hast du mir Schwarzkunden gefunden? Ja, schon anfangs ist er mir aber entfischt Da wenigstens scheint er die Blöcke auch mitgenommen zu haben Das von den Singern, äh, ist echt klasse, Mann Okay Ist sie irgendwie die Einzige jetzt? Oder kommt auch noch von ihm? Aber ich habe keinen Bock, gegen die zu campen Alles in Ordnung bei dir? Ja, sicher Ja, wichtig, Sora Lass uns campen Schon wieder? Ich fordere dich auf... Okay, geht klar Du tust mir jetzt schon leid Oh Ein trainierter Bastard Ja, ist klar, wo du hinschiebst So geschafft Okay, dann war es der einzige Auftrag hier Und runter Äh, Weltmini Varitäten 16 Erfüllte Aufträge So System Kerne 3 Freies Erkunden Irgendeiner von denen muss einen Auftrag so haben Die Form hier Äh, ja Äh, ist ja Okay, der hat keinen Auftrag Okay, der auch nicht Und die hier Äh, äh, besten Dank Ach, wie ich da rede wert Ich hatte da übrigens noch eine Bitte an dich, Sora Mir ist ein Schraubenschlüssel abringen bekommen Wenn du ihn findest, kriegst du einen Blitzamolid von mir Ja, klar Okay, und ihr? Äh, alter, komm mal warten Sollen ja auch nachforschen, wie das alles müssen herkommen Ach, das klingt spannend Macht den Leuten hier nicht wieder Kumai, okay? Wir doch nicht Ist klar, wir doch nicht Red Nini Freies Erkunden Ja Und du? Okay, aber sie hatte irgendwas Ich hab doch irgendeine Täterstelle bekommen für sie Hallo? Äh, alles noch bei dir Hier geht's auch so, danke Auch da gibt's hier ja eine Reinekur Ich hab allerdings noch Ich hab eine Täterstelle verloren Wenn sie wieder bringt, gebe ich deine Belohnung Ja, klar Mensch, einfach wenn du Ja, hab ich schon Passt zu Erfolg Hast du die Täter gefunden? Ja Vielen Dank, jetzt brauche ich dich um die Erzeugung zu machen Yay Und du hast noch ein Auftrag? Ich hab eine Glaspidone verloren Ja, kann ich machen Ja, kann ich machen Ah, okay Ah, okay Yay Speichern wir mal ab Dann geht's gleich in der nächsten Welt weiter Bad Mini Erkunden Bad Mini Okay Hm, dicke Bubo Wie konntest du dazu kommen? Warum braucht er so lange? Stimmt irgendwas nicht? Ihr alle Und unser Champ Oh, bloß ein Kind Verschwendet Verschwendet Ich meine Zeit, Kleiner? Also erstmal heiße ich Zura nicht Kleiner Außerdem Nächsten erzählen Erzählen kannst du es mir doch wohl Wenn sein's muss Äh, wenn Wenn's sein muss Also nicht, dass ich was gegen Wunder Deko Wöffel hätte Aber diese Blöcke Grässlich Und du solltest erstmal sehen Wie es drin aussieht Unser Champ in Hercules ist rein Um nachzusehen Ist allerdings schon eine Weile her Er ist noch nicht zurück Wie schrecklich Wir müssen ihn jetzt suchen Keine Chance, Kleiner Der Eingang ist von Blöcken Äh, blockiert Da klemmt höchstens ein Held durch Aber ich sehe nur noch Mich und die Einheit Ähm Verblüffend Ein Schlüsselloch Ob es mich den Erinnern bringt? Gibt nur einen Weg da So rauszufinden Aber Vielleicht steckt ja noch Ein kleiner Held in dir Ich heiße übrigens Phil Pass aber auf, Kleiner Reinkommen ist eine Sache Rauskommen in eine andere Kein Problem Lass mich Äh Dir noch schnell Mein patentiertes Erfolgsrezept Auf den Weg geben Vergiss nie zu gewinnen Äh Ja danke Alles gut Bis dann mal unterwegs Der Herkules Mochte ich das Weil Es ist So gesagt An den Runden Was ich da kam Ihr werdet auch gleich sehen Was ich meine Das ist richtig geil Man muss nicht Einmal so Es geht nach Schnetzeln Und so Man kann jetzt Was geiles machen Und keine Sorge Jetzt kommt nicht der Boss Was ist denn hier passiert In der Arena ist das ganz schön rummelig Die Anomalien werden immer schlimmer Ich muss Herkules schnell darauf spüren Da liegt ein Zettel Notize halten Die Anomalien in der Arena beeinträchtigen Den Kampf halten und deine Fertigkeit massiv Sobald die Anomalien des Endes Den Schwierigkeitsgrad einmal nach unten reguliert hat Erlst du am Ende der Arena Eine geringe Belohnung Das gilt auch Wenn du deine Schwierigkeits Die später wieder erhöhst Ob die von Herkules ist? Achso Sobald kannst du mich hören Laut und deutlich Miki Du solltest die Anomalien hier sehen Sind bislang die schlimmsten Ja unsere Scanner Zeigen einen besonderen schweren Bagger Die Arena sieht fast aus Wie ein Nürnberg Und noch etwas Diese Welt scheint In ganz eigenen Regeln zu haben Oh je Lange erhält die Verbindung nicht mehr Viel Glück Sora Ich hoffe ich das schon Okay an die Arbeit Hier ein Moment war das Dieses behinderte Geräusche Das ist dieser Raum gesäubert So gesagt ist es unsere Aufgabe Jeden Raum zu säubern Und noch eine Notiz Drücke auch um wiederholen Ein Korn auf die Gange zu gehen Man will nicht nachgeschütteln Macht den Reif Beziehung Wenn erinnert Du musst du Kompilieren 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 Okay wähle dazu Kompilieren 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 Okay Und jetzt mal kurz zum kampfsystem er ist tot ja das war das system abgefahren alle sind könnte muss ich glaube ich erst mal gewinnt da er wird schon wieder und hier in der stadt der wege so komme ich nicht weiter warte links oben sein die bachstufe an die bachstufe in den romsingen wenn die jahre Ich habe es hier lebt. Bleib. Stufe 1, wäre die Bewertung zu normalen Blumenschaden. Ja. Ah, so, okay. Ah. So nicht, mein Kumpel. Kumpel hier rein. So, und hat mal so bestimmte Kombos, wenn die jetzt in die Welt. Aber die kann man jetzt auch scheißlich benutzen, nur im Spiel. Ja. Eine weitere Notiz. Ach so, okay. Ich bin in eine andere Richtung, um mit Ah, wird ein Kumpel infiziert und mit etwas Geschick kannst du dreimal in der Folge. Ach so, okay. Okay. Ja, das war langsam. Ich habe mich gerade getroffen. Ich habe mich gerade getroffen. Ja, so schnell geht es auch. Hm, als Kinderbelustigung. Im nächsten Part. Okay, ich habe noch vier Minuten. Ach, als Kinderbelustigung. Wäre das eigentlich nicht geplant. Na egal, diese Labyrinth. Reiben die selbst Helden auf. Viel Glück, Kleiner. Aber zurück zur wichtigeren. Herkules. Ich werde dieses Labyrinth nur eine Richtung verlassen. Als Station unterweckt. Doch vorerst will ich die Show noch etwas genießen. Ja. Äh, ob Sie schließt? Was jetzt geht er von den Kampeln? Im Moment zu fließen. Ja, Präventilschlag. Ja. Er wird ebenfalls im Schatten. Ach so. Ich war aber nicht. Ich will aber nicht fliehen. Das habe ich ja jeden gegen ihn angegriffen. Ja! Ich muss mich noch daran gewöhnen, Perfekt-A zu treffen und alles Mögliche. Hm, er wollte mich angreifen. Ah, so geht das. Okay, ich hab's. Warum geht's weiter, aber ich spiel's noch nicht? Ich hab's mit Steuerung, also mit Kontrolle zu blocken, ist so easy. Oh, okay. Okay. Wir sind jetzt schon mal drauf. Ah, ah, ja! Not Regalier! Na nuh, mehr war als hätte ich jemanden gehört? Verrückt, wer sollte schon sonst hier sein? Diese Labyrinth ist äußerst vertrackt. Ich sehe nämlich hier fast schon nach Filzringen. Ich muss hier herausfinden, was die Arena in diesen Zustand versetzt hat. Und das unbedingt rückgängig machen. Ja, schön. Geht es noch weiter? Das machen wir. Ja, mit Warnpunkten. Komm. Das ist ein leichter Gegner. Mit meinen Fähigkeiten geht das da. Noch wieder so Schatten durch hier nur. Dann gibt es noch zwei Gegner da. So nicht. Das war der Hitzeüberschuss, wenn er wieder hieß. Ich habe ihn getroffen, oder? Mit zu Überschuss. Weile ich ja. Später geht es auf eine andere Fähigkeit, glaube ich. Äh, ja, das ist der Ausgang. Ja. Und wir sind jetzt im nächsten Part. Und was heißt das jetzt? Kriege ich jetzt was, oder? Äh, eine Notiz. Ich würde sagen, sie sind die Speicherbahner. Speichern. Ach ja, äh, vergessen. Ich habe ja ein paar Dinge hier bekommen. Okay, jetzt muss ich das jetzt kurz da unten machen. Ich würde das eigentlich alles hinfassen. Ich weiß es gar nicht. Ich versuch's einfach mal. Und weiter. Und dann verbindigst du diesen Prozessor. Und das habe ich dafür eine Fähigkeit bekommen.